Die Flutbegleiter Wir bitten die Flutbegleiter, die Kabine für die Landung vorzubereiten und sich zu... Do you know the land so warm and dear, which eternal love has built itself? Dass da Millionen Menschen aus aller Welt sich enorm verbunden fühlen mit diesem Ort. Die Flutbegleiter, die Leidenschaft und sich mit einem anderen in der Leidenschaft des Sacrifices. Die Liebe-Alianz macht dich wirklich so willig zu leben. Wenn jede Sache, jede Sache du machst, hat ein Sinn. Sie leben anders. Die Flutbegleiterung ist der Tag. Die Flutbegleiterung ist das 100 Jahre hervorragend, wo ich auch bin. Treten wir ein in eine neue Epoche unserer Bewegung. Es ist eine Epoche der Mission. Sie schlafen und schlafen sich einander. Sie fliegen als Einer in das Herz Gottes. Wir wollen die neuen Hörer der Heiligen Geist sein. Wir wollen die neuen Hörer der Heiligen Geist sein. Wir wollen die neuen Hörer der Heiligen Geist sein. Wir wollen die Heiligen Geist sein. Wir wollen die Heiligen Geist sein. Wir wollen die Heiligen Geist sein. Die Kirche ist die Kirche. Wir wollen die Veränderung der Gesellschaft. Wir wollen keine Angst. Wir wollen die Missionen gehen. Diese Wunderland ist für mich. Es ist mein Haus. Mein Schoenstaatland. Komm, show me the way. Let me know what you mean, what you want, what I should do. Ich könnte das nicht nur die Heilige Geist sein. Ich könnte das nicht nur die Hörer der Heiligen Geist sein. Ich könnte das nicht nur die Heiligen Geist sein. Vielen Dank.